Ich denke schon, dass Translogistik ein guter Arbeitgeber ist, da die Perspektiven hier für die Zukunft einfach top sind und man die Ausbildung hier schon empfehlen kann und machen sollte, wenn man die Chance hat. Ich stehe gerne jeden Morgen auf, weil ich mich darauf freue, meine Kollegen wiederzusehen und mit denen die Arbeit ordentlich abzuschließen. Man kann während seiner Lehrzeit sehr viel mitnehmen und auch sehr viel lernen für sein späteres Leben. Ja, und nach den harten drei Jahren ist man ein perfekter Momenteuer. Diese Ausbildung ist eine duale Ausbildung. Jeder, der bei uns eine Ausbildung beginnt, hat nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung eine Jobgarantie. Wenn meine Lehre hier zu Ende ist, ich bleibe gerne hier weiter. Ich mache den Job, da mir das Handwerk sehr gefällt. Die Möbel- und Küchenteile müssen ja irgendwie auch zu den Kunden kommen und dort ankommen. Und da finde ich es halt cool, dass Translogistik uns halt die Möglichkeit gibt, auch unseren LKW-Führerschein hier zu machen. Mich reizt nach meiner Arbeit die Herausforderung. Ich finde es super, dass viele verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Ländern hier die Möglichkeit haben, einen Job zu bekommen. Ja, 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 ja! Ein WEM Hof, dauate das Land haben47-1997-2014 dieck thri�. Ab journalistik Warneu Oleiusfeld der Zùng-ketteile nicht wirklich.